Hallo, ich möchte euch gerne unsere neuen Formikare in der Lab-Serie vorstellen. Diese gibt es in den Größen 10 cm, 20 cm sowie in den Untergrößen SML, sprich in Plattenabstand von 6 mm, 10 mm und 20 mm, die je nach Größe der Ameisenart gewählt wird. Die Nester der Lab-Serie sind ideal für die experimentelle Haltung geeignet, also zum Beispiel für Schulen, Universitäten oder den Forschungsbereich. Aufgrund der gleichmäßigen Kammergröße lassen sich Populationen schnell zählen und man erkennt schnell Veränderungen bei den Kolonien. Zur Nestbefeuchtung gibt es austauschbare Gipspunkte, die von unten Wasser aufnehmen und an das Nestinnere weiterleiten. Durch die austauschbaren Gipspunkte ist eine einfache und schnelle Reinigung der Formikarien möglich. Neue Gipspunkte können auch jederzeit bei uns nachbestellt werden. Zur Futterversorgung der Kolonie wird eine externe, separate Arena angeschlossen. Diese lassen sich leichter reinigen und das Nest bleibt sauber. Die Zugänge der Formikarien lassen sich mit Kappen oder Gitterkappen zur Belüftung verschließen. Um den Tieren ein Untertagegefühl zu geben, bieten wir auch passende rote Abdeckplatten an. Diese passen sowohl auf die neuen Formikarien der Lab-Serie als auch auf andere Plattenformikarien aus unserer Produktion. Ich hoffe, es war informativ für euch und hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.